Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 6. September. Heute dabei Spectacles, Instagram, N26 und Uber. Beginnen tun wir mit Spectacles. Das ist ja die Videobrille von Snapchat. Und da gibt es mittlerweile die Version 2, ein bisschen geupdatet gegenüber dem Original. Und nun wird die Version 2 erweitert. Es gibt nämlich neue Modelle. Neue Modelle bedeutet, die Technik bleibt gleich, die Features sind immer noch die gleichen. Sie sieht aber entsprechend anders im Design aus und die Modelle heißen einmal Veronika und einmal Nico. Und ihr könnt euch denken, das eine ist ein Frauenmodell und das andere ist ein Männermodell. Also wenn man sich die anguckt, sehen wirklich wie stylische, moderne, große Sonnenbrillen aus. Und wer möchte, kann die ab 5. September im begrenzten Stückzahlen in den USA und in diversen europäischen Ländern kaufen. Unter anderem auch dabei Deutschland. Die Brille kostet 229,99 Euro. Kommt mit Schutzhülle und Ladekabel. Nächstes Thema Instagram. Das amerikanische Portal The Verge hat nun Informationen bekommen, dass Instagram an einer dedizierten Shopping-App arbeitet, die wohl IG Shopping heißen wird. Was bedeutet das? Es ist eine reine Shopping-Plattform, sprich Instagram nutzt die Familiarität und den Namen, um Instagram und Facebook-Accounts zu ermöglichen, entsprechend Sachen zu verkaufen. Was ja jetzt schon mit Instagram-Shopping innerhalb von Instagram selber geht. Aber so wird ein komplett neuer Marktplatz geschaffen, auf dem man, sag ich mal, stöbern kann und entsprechend dann direkt auch Sachen kauft. Und damit geht man natürlich in Konkurrenz zu anderen Plattformen, wie zum Beispiel Shopify. Wann das Ganze kommt und ob es denn wirklich kommt, das steht noch in den Sternen. Aber zum Beispiel hat Instagram ja auch schon seit letzten Dezember eine dedizierte Messenger-App im Test, die die Funktion direct aus Instagram in eine eigene App als Messenger verfrachtet. Ähnlich wie auch Facebook den Messenger damals auch ausgelagert hat. Und seit IGTV wissen wir ja, dass noch eine extra App für Instagram auch mal schnell gemacht ist. Nächstes Thema, N26. Das finde ich, was lange Zeit sehr beliebt war. Dann gab es auch ein paar Probleme. Das hat ein neues Feature am Start, beziehungsweise einen neuen Plan und der richtet sich an Freiberufler und Selbstständige. Das ist die N26 Business Black, also ein Premium-Konto, für das man auch entsprechend zahlen muss. Dann bekommt man natürlich auch entsprechende Features und es kostet 9,90 Euro im Monat und startet in den nächsten Tagen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Spanien. Könnt ihr euch ja mal angucken. Wenn ihr ein geschäftliches Konto braucht, vielleicht ist das ja was für euch. Uber. Die haben ein sehr interessantes neues Feature rausgebracht in ihrer App und zwar einen Crash-Detektor. Sprich, wenn man ein Uber nimmt, dann hat der Fahrer natürlich seine Uber-App offen, weil die die Buchung läuft und die auch die Route anzeigt. Und als Gast hat man das Uber natürlich über die App gebucht. Und durch die Buchung sind beide Apps miteinander verbunden und sprich, die Uber-App des Fahrers, die fährt ja, ist ständig verbunden, hat auch entsprechende Zugriffrechte. Und merkt, wenn der auf einmal stoppt und zwar nicht nur einfach stoppt an der Ampel, sondern abrupt stoppt durch den Acelorometer oder wie heißt das Teil? Ich verspreche mich da immer, auf jeden Fall durch die Sensoren im Telefon werden Daten aufgenommen, dann werden die gematcht mit Daten aus der Datenbank von Crash. Und falls die Möglichkeit besteht, dass ein Crash sein könnte, bekommt der Fahrgast eine Notification auf sein Telefon, auf die er tippen kann. Und wird dann gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob er einen Crash reporten will oder auch mit einem Tipp praktisch auch direkt 911, also die Notrufnummer in Amerika, rufen möchte. Eine sehr sinnvolle App bzw. Funktion, wie ich finde. Und Uber hat selber gesagt, sie möchten halt einfach der sicherste Weg sein, um von A nach B zu kommen. Und auch damit machen sie das natürlich ein bisschen sicherer. Gleichzeitig haben sie auch noch die Zwei-Faktor-Identifizierung erhöht. Die ging bisher nur via SMS, was durchaus auch schon gecrackt wurde. Und mittlerweile kann man auch Authentication-Apps wie Du oder den Google Authenticator nutzen. Auch eine gute Sache, wie ich finde. Jetzt müsste man nur übernutzen können, was ja auch nicht übergeht. Ja, und das war es dann auch für heute. Kommt gut in den Donnerstag, habt einen schönen Arbeits- oder Schultag und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.